Vom 27. bis 30. April lädt Leipzig nach drei Jahren wieder zur Buchmesse ein. Erinnern, Weiterdenken, Neugestalten – unter diesem Thema öffnet auf der Leipziger Buchmesse ein Ukrainestand. In Halle 4, Stand D307, erhalten Akteure des Landes eine Bühne für ihre so dringend gebrauchten Appelle. Im Mittelpunkt stehen Themen wie zum Beispiel die Erinnerungskultur sowie deren Missbrauch für den Krieg. Verschiedene Facetten des Pazifismus, das Überleben der Institutionen, eine neue Perspektive auf Gerechtigkeit sowie Frauenrollen im Krieg. Das Sonderprogramm des Goethe-Instituts auf der Leipziger Buchmesse umfasst mehrere Diskussionsrunden ukrainischer und deutscher Intellektueller. Zudem finden an verschiedenen Orten auf dem Messegelände mehr als 45 Veranstaltungen zum Krieg in der Ukraine statt. Weitere Informationen gibt es unter www.leipziger-buchmesse.de Das Sonderprogramm des GERHUND 2, Stand D307, verabschieden Sie mit den infrared vallKof-Gerchen Heeren. Das Sonderprogramm des GERHUND 3, Stand D307, verabschieden Sie mit den Körnchen Heeren. Vielen Dank.